Servus, Grüezi und Willkommen bei Pauls Konnektüche. Heute Special Gast Jakob von den Elevator Boys am Start. Und wir haben was richtig geiles gezaubert, veganes Hühnerschlüssel mit Spinat plus Petersilkartoffeln. Seid gespannt, wird eine geile Folge. Let's go go! Okay Jakob, für das ultimative Hühnerschnitzel mit ein paar geilen Beilagen haben wir ein paar Zutaten. Erkennst du irgendwas? Also das sieht schon mal sehr, sehr eindeutig nach Kartoffeln aus. Wie ich dich kenne, wird das Tofu sein und kein abgepacktes Fleisch. Das könnte Brokkoli sein, ich kann es in der Form nicht richtig erkennen. Spinat. Also in Tiefkühlform. Petersilie, Zwiebeln und das sieht aus wie Brotgrübel. Ja, der Junge ist gut, stabil. Und da drüben musst du mir noch die Sprünge erlassen. Das eine ist Seitan, das heißt Gluten, das hat 80 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm, richtig stark. Das andere ist Kirchabselmehl, daraus wird dann unser Schnittel zubereitet. Aber wo wir zubereiten, schauen wir mal nach hinten. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit der Beilage. Kartoffeln schälen, kannst du? Ich werde mein Bestes geben. Okay, ich gebe dir mal den Schäler. Danke sehr. Ich würde mal sagen, für die, die ihn noch nicht kennen, stell dir mal vor, wer bist du? Was machst du? Wie sieht so dein Leben aus? Also mein Name ist Jakob, ich bin Teil der Elevator Boys. Wir jetzt vielleicht ab und zu Menschen schon durch Social Media mitbekommen haben. Sei es TikTok, Instagram oder mittlerweile sogar im Fernsehen. Bei Lettenert Berlin waren wir letzte Woche. Wir sind dafür bekannt, Videos im Aufzug zu machen, aber rundherum machen wir natürlich noch viel mehr. Sei es normale Videos, normale Bilder, ganz normal, alles was im ganzen Prozess dazugehört, wie bei dir. Ja, und da haben wir uns jetzt so seit einem Jahr so ein bisschen reingefuchst und ich würde sagen, es läuft. Stabil. Also für die, die es nicht wissen, wie viele TikTok-Follower hast du? 2,9 Millionen. Also das ist schon mehr als Stabil, würde ich sagen. Auch international bekannt. Also Jakob hat sich da was Krasses aufgebaut. Ich glaube eigentlich so. Danke sehr. Wann hast du gestartet mit Social Media? Also ich glaube, es war so richtig mit Social Media. Ich habe vorher schon ein bisschen Instagram gemacht. Du weißt ja, wie es ist. Man postet mal so ein paar Bilder und dümpelt so ein bisschen mal 5K rum. Und jetzt, wo das alles richtig angefangen hat, das war so vor einem, hat mich nicht lügen, vor einem, fast einem Jahr. So ein bisschen mit TikTok angefangen und wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Im Mai. Ja, ich glaube Mai. Und da hatte ich glaube ich auch noch 30K, 40K irgendwie bei Instagram. Ja, und jetzt? Ja, auf jeden Fall über 100.000. Jetzt hat er, keine Ahnung, 570.000 oder so auf Instagram. Wahrscheinlich, wenn das Video draußen ist, 600 irgendwas tausend. Hoffen wir es mal. Oder eine Million. Hoffen wir es mal. Also Wachstum ist auf jeden Fall da. Und der Bursche sieht auch gut aus. Also ich denke, dass wir den Grund haben. Kann man nur zurückgehen. Ich habe heute extra noch mal ein bisschen engeres T-Shirt angezogen, dass ich nicht ganz so laxig nehme dir aus. Der Spruch passt wahrscheinlich auch, oder? Ja. Also alle, die ist da draußen sehen. Ich bin da eine vertrauenswürdige Person, ist gar kein Thema. Und ansonsten… Das kann ich mir vorstellen. Ja, und Kartoffeln schälen, ich weiß jetzt nicht. Was sagt der Profi? Funktioniert das? Das sieht eigentlich ganz gut aus, ja. Das ist ausbaufähig. Das ist ausbaufähig, klar. Und obwohl Ladies und Nudes, wie viele Nachrichten kriegst du am Tag von Frauen? Das zähle ich gar nicht. Tatsache, nee. Also ich zähle sich. Also es ehrt einen natürlich, aber man kann auch nicht auf alles reagieren. Du weißt ja wie es ist, der Tag hat nur 24 Stunden und irgendwann… Also man kann schon sagen, du bist fast übersättigt. Die Sättigungskurve neigt sich am Höhepunkt. Aber es ehrt einen, man versucht auch auf manche Sachen zu antworten, aber der Tag hat nur 14 Stunden und man kann leider nicht auf alles eingehen, aber man freut sich natürlich darüber, wenn man sieht, dass es den Leuten gefällt, was man macht. Ja. Was sagen so… Also ich weiß nicht, wie deine Familiensituation aussieht. Wo sind sie schon die ganze Zeit alleine? Was sagen so deine Eltern zu deinem Erfolg oder deine Freunde? Also das Gute ist meine Freunde tatsächlich. Also ich würde mich jetzt aktuell erstmal auf die Leute hier vor Ort beschränken. Wir sind eine Gruppe aus fünf Jungs. Also das sind nicht so deine Ängsten? Ja, aktuell. Also wir reisen ja durch verschiedene Länder. Vor allem im letzten halben Jahr sind wir durch alle Länder gefühlt in Europa gereist. Da gehört der Tim dazu, der Benne, der Luis und der Julien. Und das ist wie so eine kleine Familie, so eine kleine Gang. Und ansonsten, als das alles angefangen hat, die Freunde daheim, die fanden es erstmal ein bisschen komisch. Ich komme aus dem Dorf und ich denke, du kommst ja auch nicht aus einer riesen Großstadt, sondern auch ein bisschen ausgelagert. Und jetzt nicht Hotspots, sondern für die Leute ist es so ein bisschen fremd. Also für die Leute, die haben manchmal mit Social Media nicht so was am Hut. Ja, vor allem am Anfang jetzt so mit TikTok. Also ich habe TikTok auch 2020 oder so im ersten Lockdown gestartet. Was haben die da gesagt? Was auch am Anfang ein bisschen komisch war. Was haben die gesagt? Also bei dir war es wahrscheinlich noch cringer, weil ich jetzt halt trotzdem so ein bisschen versucht, mehr Fitness-Konto zu machen. Ja. Aber wenn man halt dieses klassische TikTok-Tänze so ein bisschen auf heiß machen gehört, keine Ahnung. so halt den coolen Sunny-Boy rüber spielt, dann kann es natürlich nochmal mehr Cringe für andere Leute denken. Ja, viele Leute denken halt, okay man guckt jetzt einmal in die Kamera und das war es. Ja. Aber du weißt ja wie es ist, das steckt in diesem in Anführungsstrichen Entertainment, was man versucht einfach aussehen zu lassen, steckt halt viel mehr als das eine Video, was man im Endeffekt hochlädt. Ja. Und ja, natürlich wurde viel gelacht, aber ich glaube, da muss man einfach durchziehen. Das ist genauso wie im Gym. Einfach weitermachen und dann am Ball bleiben und dann Gas geben und eins zahlt sich aus. Ja. Und ich glaube jetzt so langsam kommt es dazu. Und meine Eltern, die haben keine Ahnung von dem Ganzen. Also meine Mutter hat mich neulich angerufen und hat gefragt, ja kannst du mal das und das schicken? Ja, ich bin gerade ein Barcelona, ich komme jetzt nicht an meine Unterlagen ran. Also die bekommen da gar nichts mit. Ja. Ist aber auch mal ganz gut, wenn man nach Hause kommt, hat man so ein bisschen so seine Base, die da mal so ein bisschen fernab ist. Nachpropos Unterlagen, also so mit Steuern und so weiter. Hast du da einen Steuerberater oder hast du wenig Gedanken gemacht? Ja, ich habe einen Steuerberater, falls das das Finanzamt jetzt gerade sieht. Ich werde überweisen, keine Angst. Also ja, Steuerberater oder sonst. Okay. Da haben sie wahrscheinlich auch jetzt so einiges getan ist im letzten Jahr, denke ich mir, oder? Ja, also der hat bestimmt auf jeden Fall auch ordentlich was zu tun, der Kollege. Aber ja, das ist so eine Nebensache aktuell. Ich glaube, wir machen das für einen Spaß. Wir haben da extrem viel Spaß dran. Uns freut es, wenn man sieht, dass die Leute entertaint. Vor allem, als es angefangen hat war in dieser schweren Zeit bei Corona. Ja. So, dass man den Leuten so ein bisschen was mitgeben kann. Ja. Dass sie in ihrer Zeit nicht nur auf der Couch liegen. Und das ist natürlich geil, wenn man das trotzdem alles von zu Hause aus machen kann. Selbstverständlich. Und ich sage jetzt mal halbwegs easy Leute entertainen kann. Ja, ja, ja. Also es macht Bock. Die Leute gucken es sich an. Natürlich gibt es aber ein paar Leute, die dann irgendwas Dummes da lassen. Ja, ja. Aber mein Gott. Wenn die Leute ihre Zeit damit investieren, sich über andere aufzuregen, dann ist sie selbst dran schuld. Und ich denke ja, zweieinhalb Millionen sprechen halt irgendwo für sich. Also irgendwie muss es ja anscheinend gefallen. Ja, irgendwie muss es ansprechen. Also daher, wir machen es so lange weiter, bis es irgendwann halt nicht mehr klappt. Ja, ja. Ja. Und wenn, dann hast du wahrscheinlich auch noch irgendwas. Ich weiß nicht, ob du angefangen hast zu studieren? Ich hatte angefangen zu studieren. Ähm, werde ich jetzt aber die Woche tatsächlich auch erstmal wieder, also muss ich abbrechen, sagen wir mal. Weil es rundherum einfach zu viel geworden ist. Ich habe BWL angefangen, war dann im dritten Semester. Und dann habe ich gemerkt, ey, mit Social Media und allem, das ist ein Fulltime-Job. Ich denke mal, du wirst es auch merken, rundherum, wenn man da noch einen richtigen Job, Fulltime-Job oder was auch immer haben will, was Studium halt ist, dann wird es schwierig, das alles in einen Hut zu bekommen. Hast du auch außer Social Media eigentlich auch mal irgendwie was anderes gemacht? Also wir hatten ja Zivildienste in Österreich. Das heißt, ich musste entweder Bundesheer oder Zivildienst machen, habe dann Zivildienst gemacht und danach direkt Fulltime. Und was hast du gemacht im Zivildienst? Kindergarten. Kindergarten? Ja, ich habe mich um die Kinder gegangen. Warst du dann der Hulk im Kindergarten? Kann man so sagen, ja. Der Traum eines jeden Kindes. Der Kletter- und Kratzbaum. Der Kletter- und Kratzbaum. Sehr gut. Und aktuell, ich habe ja das jetzt so ein bisschen verfolgt. Du hast es ja in letzter Zeit auch öffentlich gemacht. Wie hat sich das alles ergeben damals mit deiner Freundin und allem? Ich glaube, das ist auch etwas, was die Leute interessiert. Ich glaube, das war jetzt in letzter Zeit so ein bisschen noch im Dunkeln. Also wir switchen jetzt hier die Rollen, das wird Jakobs im Interview. Ja, also auch Sachen, die mich interessieren. Ja, klar. Also wir haben uns auch länger nicht gesehen. Ich verstehe mich gut mit Jakob. Wir sind ein cooler Typ. Danke sehr. Und der ist aber immer viel beschäftigt. Das war schwer zu erreichen. Aber ja, hat alles so auf Instagram gestartet. Dann hat man sich mal getroffen, hat sich kennengelernt, war direkt so geflasht. Also hatte ich auch das erste Mal, dass ich jemanden kenne und direkt so, wow, die ist sehr, sehr stabil, würde ich mal sagen. Und dann hat sich so entwickelt. Man hat sich öfter getroffen. War natürlich immer schwierig, weil sie in Wien wohnt, ich in Berlin dann war. Dann waren wir mal zwei Wochen getrennt oder so, was vielleicht auch gut war am Anfang. Ja. Und dann hat man sich immer öfter mal getroffen, hat Gefühle entwickelt, beidseitig. Und dann hat es eigentlich geflowt. Und wir haben beide so entschieden, sag ich mal, dass wir gerne in einer Beziehung wären. Dass es bei uns beiden sehr gut passt. Deshalb sind wir das angegangen. Geil, der schildert nochmal weiterhin viel Erfolg. Danke dir. Scheint ja gut zu laufen. Jawohl. Was haben wir hier? Die hauen wir jetzt einfach mal. Ich schneide jetzt einfach mal nur ein Viertel. Sehr filigran. Jawohl. Und die Zwiebel, da müssen wir uns da... Die Zwiebel brauchen wir dann nachher für den Spinat. Okay. Jetzt würde ich erstmal die Kartoffeln ins heiße Wasser ballern. Jeje. Das ist ja richtig ernst. Ja. Machen wir jetzt mal einen Timer für knapp 15 Minuten. Sollte auf jeden Fall reichen. Dann checken wir nochmal. Wir schnappen uns erstmal... Schnitzel. Ja, die Schnitzelzutaten. Und mixen ein bisschen. Ich öffne jetzt hier mal... Gekonnt. Den Spezial-Tofu à la Natur-Tofu. Wo hast du denn her? Den habe ich aus dem Hit. Gibt es im Rewe, gibt es überall. Hast du vielleicht schon mal gesehen? Ja, bestimmt. Ich sollte mich auch mal ein bisschen mehr mit veganer Ernährung beschäftigen. Vielleicht, oder? Ja, mittlerweile gibt es so geile Ersatzprodukte. Selbst wenn man einfach mal statt normalem Hack... ...veganes Hack nimmt... ...ist dem Geschmack nicht schlecht getan. Ich habe es gesehen, beim Rewe gibt es jetzt viel. Also bei Rewe gibt es jetzt zum Beispiel das Mühlen-Hack. Jetzt nicht Werbung an der Stelle, aber es hat glaube ich... ...2 Gramm Fett, 18 Gramm Eiweiß. Also da ist jedes normale Rindfleisch dagegen. Scheiße, du. Wie ist es jetzt bei dir so mit Kochen? Kochst du oft oder bestellst du ja häufig? Also ich sollte es öfter machen, als ich es aktuell tatsächlich mache. Ja. Einfach dadurch geschuldet, dass wir oft spät abends heimkommen... ...und dann nochmal... ...ich würde es dann nochmal in die Küche stellen. Das geht oft leider ein bisschen unter. Aber ja, ich glaube, das ist der Lieferdienst aktuell immer ein bester Freund. Aber du weißt ja, wie es ist mit dem Tracking und allem... ...wenn man wirklich mal auf die Ernährung achtet, um einfach auch quasi... ...denn Körper kann ich auch scheiße Gold machen. Ja, das stimmt. Dass die Grundbausteine stimmen. Das kommt letzte Zeit ein bisschen zu kurz. Deswegen muss ich sagen, ich bin auch ein bisschen aus der Form geraten. Also du hattest früher auch mal so eine Fitnessphase, das mir mal erzählt, gell? Ja, genau. Also früher, ich glaube, als ich 18 war, da gut auf Masse gegangen. Dann hat es so ein bisschen angefangen, ein bisschen hier mal da mal ein paar Bilder zu machen... ...und dann erst mal ein bisschen wieder runtergeschreddet. Und dann eigentlich, als wir uns gesehen haben, im Mai, April, Mai... ...war die Form eigentlich... Ja, da warst du gut in Schäden. War relativ stabil. Zwar ein bisschen skinny. Vor allem, wenn man sich dann neben die Schäden ist. Man sieht sowieso immer ein bisschen... Die Jungen waren schon gute Arme, muss man sagen. Also... Hatte. Hatte. Also wir hatten mir vorher gerade gesagt, wann hast du das letzte Mal tritt? Oder wie oft hast du in den letzten Monaten trittet? Also seitdem ist alles angefangen. Wir sind am 1.8. zusammengezogen. Seitdem war ich, glaube ich, siebenmal im Gym. Also es war... Ich war vorher auch einer, der gesagt hat, man schafft es jeden Tag mindestens eine Stunde zu trainieren. Ja. Aber wirklich. Ich habe mich aber richtig über die Leute aufgeregt. Ich habe es da ja echt nicht geschafft. Aber... Wir müssen, glaube ich, auch irgendwann mal zusammen trainieren gehen. Also wirklich. Vielleicht sogar mit der gesamten Helle wieder gehen. Dann macht man ein schönes Training mit Kai und Johnny und so weiter. Das wäre geil. Das wäre Eskalation auf jeden Fall. Ich habe hier schon mal den Tofu, den wir vorher gerade gemixt haben, mit Kichererbsenmehl. Und dem Seitan gemischt. Da kommt jetzt einfach nur noch Wasser mit dazu. 130 Milliliter. Das können wir einfach theoretisch mit der Hand verrühren. Aber nachdem wir jetzt hier einen schönen Food-Processor am Start haben, ist es natürlich deutlich einfacher. Italienische Kräuter haben wir hier? Ja. Kannst du gerne schon mal reinhauen. Okay, muss man nur sagen... Ich mache das Salz. Wenn du jetzt sagst, eine Brise, dann... Ja, mach einfach nach Gefühl. Also da kommt eh nichts jetzt so viel raus. Hier, wo ist die Öffnung? Ja, genau. Ja. Noch ein bisschen Chili hier. Isst du gerne scharf? Ja, schon. Du? Ja? Ja, schon. Wir hatten ja auch mal eine Challenge, wo wir die schärfste Currywurst Berlins gegessen haben. Ah, hat Ron auch mal gemacht. Hast du schon mal gemacht? Nee. Okay, dann machen wir das mal. Ich glaube, da gibt es sogar noch eine vegane Currywurst. Ansonsten nehme ich meine eigene Wurst mit und die soll mir die Sauce draufknallen. Wenn das ist, was ich meine. Ansonsten habe ich hier noch Geflügelgewürz. Wir können ja mal schauen, was da so drin ist. Das sind eigentlich nur Paprika, Chili, Pfeffer, Geschmacksverstärker, Glutamat, Koriander und Ingwer. Und ich denke, Geflügelgewürz passt zu einem Geflügelschnitzel ganz gut. Weil es jetzt Geflügelgewürz ist, ist da jetzt auch noch ein Protein mit drin in dem Pulver? Nee, leider nicht. Okay, schade. Ich versuche, wer es wert ist. Dafür gibt es die besten Protein-Bulver am Markt, gell? Weißt du noch, als wir einmal eine Story gemacht haben zusammen, bei euch in der Wohnung, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Da war Goat, glaube ich, genau. Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwas. Und ich habe einen Warenwert von... Gibt es eine Exklusive? Gibt es eine Exklusive dazu? Er weiß mich halt immer noch. Das ist richtig geschmiert. Okay, ich würde sagen, du darfst jetzt hier ein bisschen formen. Wir wollen ja einen schönen Schnitzel dann noch rausbekommen. Okay. Aber ohne Schnitzelklopfer? Jawohl. Okay. Da darfst du eigentlich gerne mal mit der Hand hier reinpacken. Nimmst du so einen fetten Batzen. Oh yes. Dann einfach fest zusammenpressen. Ich nehme mir da auch mal was. Also man sieht, das klebt eigentlich schon so von Natur aus. Gut zusammen. Und dann einfach platt drücken? Jawohl. So ein bisschen formen. Okay. Gibt es da irgendwas, wo du jetzt sagst, das macht ein perfektes vegan Schnitzel aus? Ne. Also es gibt ja tausend verschiedene, also nicht tausend verschiedene Fleischsorten, aber mehrere Fleischsorten auf jeden Fall. Jetzt einen Kalbschnitzel irgendwie gut nachzumachen, ist natürlich schwierig. Aber so Hühner-Imitate gibt es auch als Ersatzprodukte eigentlich sehr sehr gute. Also auch was Nuggets angeht, muss man eigentlich keine normalen Nuggets mehr essen, weil die fast genau gleich wie das Original schmecken. Okay. Mich jetzt als Nicht-Veganer, wenn du mir jetzt einen Tipp geben könntest für ein Lebensmittel, auf das du vegan nicht verzichten kannst, welches wäre es? Also wirklich so das eine must-have, wenn du dir eine Sache rausholen könntest, das muss man machen? Eigentlich so Sojagranulat. Sojagranulat. Also kannst du sowohl süß als auch salzig verwenden, musst du nur mit Wasser aufgießen und dann ausdrücken, sag ich mal, und dann kannst du es einfach anbraten. Dann würdest du es halt, je nachdem ob du es süß haben willst oder salzig, und hast dann auf 100 Gramm 50 Gramm Eiweiß am Start. Okay, wie viele Kalorien sind wir da? 350, 63. Auf 100? Ja. Okay, fair. Also das ist schon nicht schlecht. Schau. Wie lange machst du das jetzt insgesamt schon mit der ganzen veganen Ernährung? Beim Vegan bin ich jetzt eigentlich seit Dezember 2020. Also fast ein Jahr so. Krass. Und bis jetzt kein Plan, dass ich das nochmal verändern werde. Gut, wie man gesehen hat, das hat ja funktioniert. Also die Form, die du da hattest, war ja… Genau. Das ist schon sehr, sehr krass gewesen. Aber der Ernst hat auch eine richtig gute Form. Ja, oder? Also… Gekonnt, platt gedrückt. Klebt hier ein bisschen. Jetzt nicht so schnell. Jawohl, Gekonnt. So ein bisschen was für ein Burger-Bullet. Hast du gleich nochmal einen? Jawohl. Mach mal einen Hieb. Noch mal eine schöne Hand voll. So. Seid ihr auch öfter mal feiern, sag ich mal? Wie du einmal am Handgelenk erkennen kannst? Ja. Okay. Und wie ist es dann so im Club? Erkenne ich dann viele Leute? Weil ich sage mal, die Zielgruppe ist ja eigentlich jetzt so zwischen 16 und 20. Soll ich jetzt mal sagen? Ja. Sind ja dann lauter Frauen nicht heiß um gern? Oder musst du da deine eigene Area haben, damit das irgendwie nicht zu viel wird? Also ich glaube, es ist so ein Mix. Also du kommst schon auch oft auf der Straße. Du kennst auch Leute auf einen zu. Ja. Man findet es cool. Also man appreciatet es ja, dass die Leute das cool finden, was man macht. Ja. Aber ich glaube, ab einem gewissen Punkt ist es dann auch so ein bisschen Teil des Jobs. Also weißt du, was ich meine? Man ist ja nie quasi so richtig in seinem Privatleben, also ganz alleine. Ja. Und dann halt auch ab und zu, wenn ich zum Beispiel jetzt in den Club gehe, halt mal gucken, dass man sich jetzt nicht asozial besäuft. Ja. Oder Harakiri ohne Show drum läuft. Ich meine, du kannst es machen. Aber ja, dass man einfach guckt, dass man jetzt zum Beispiel jetzt nicht die Kontrolle oder so verliert. Ja. Aber man weiß, man ist ja irgendwie immer so ein bisschen, ja man steht ja irgendwie immer so ein bisschen in der Öffentlichkeit. Ja. Also du bist jetzt nicht jemand, der sich dann so stumpf besäuft? Doch schon. Doch, doch schon. Doch schon. Aber du schaust schon, dass du dich nicht aufführst irgendwie. Ja, genau. Also wenn ich mich dann wirklich jetzt richtig ehrenlos besauf, dann halt jetzt nicht irgendwie, sag ich jetzt mal, in einem Club, wo jetzt ausverkauft ist auch. Ja, ja. Verstehe. Und kam es dann auch schon mal dazu, sag ich mal, dass dich, ich denke mal, der Hate wird eher so von Männern kommen, die vielleicht Eifersicht zu sehen oder was auch immer sich denken. Ja. Dass dich da jemand komplett dumm angemacht hat, das vielleicht irgendwie fast in einer Prügelei geändert ist oder was auch immer? Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, das meiste spielt sich einfach nur so im Rahmen von Social Media ab. Und durch diese Anonymität glaube ich, sind die meisten so ein bisschen, fühlen sich einfach sicher. Ja. Und ja, ich glaube, da spielt sich so das Meister ab. Aber es geht tatsächlich. Ich habe gestern Abend ab und zu mal was gelesen. Man guckt ja selber eigentlich gar nicht so rein. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wir gucken da eigentlich nie rein, weil, also halt sehr selten, was jetzt diesen Hate angeht. Ja. Weil, ich glaube, wenn man das zu sehr auch an sich ran lässt, kann es auch ein bisschen an die Slow-Substanz gehen. Und es würde uns jetzt aber nicht dazu bringen, das Ganze aufzuhören, weil das ist das, was uns dazu bringt, dass ich zum Beispiel jetzt hier mit dir veganen Schnitzel koche. So, also daher. Schon fein. Ja, also bei mir ist es ähnlich. Also ich kriege eigentlich auch nur Hate auf Social Media. Also in real life kommt da selten jemand zu dir und sagt, ey du Wichser. Ja gut, bei dir vor allem nicht. Also ja, wenn dann mal drei, vier Jungs auf mich zukommen, dann habe ich auch Respekt. Ja fair. Aber sonst geht das. Klar. Okay. Das muss jetzt auch gekocht werden. Also bevor wir es marinieren und zu einem guten Schnitzel machen, ebenfalls in den Kochtopf. Ah, verrückt. Wir werden das Wasser hier gleich weiterverwenden für unsere Schnitzel. Ist das jetzt gut fürs Aroma? Ja, das sowieso. Haben wir noch ein bisschen Stärke mit dabei. Ja. Also auch ressourcenschonend hier. Jawohl. Sehr gut. Brauchst du irgendwas zum Abgießen? Und die Kartoffeln können wir uns einfach hier beiseite stellen. Warten kurz bis das Wasser kocht. Sollte eigentlich sogar gleich soweit sein. Wenn man jetzt in die Defi geht, was würdest du sagen, ist die beste Kohlenhydratquelle, die man dann quasi noch weiter nutzen sollte? Gemüse. Würde ich jetzt mal so sagen. Also je nachdem wie Kohlenhydratreich du dich halt ernähren willst. Aber da würde ich auf jeden Fall eher auf Volumen setzen. Also viel und große Mahlzeiten. Also ich würde mich da versuchen jetzt nicht so krass zurückzuhalten, was vor allem die Sättigung angeht. Also du sollst einfach satt sein am Ende des Tages und nicht hungern. Ansonsten Kartoffeln ist eigentlich eh, wenn du jetzt so von reinen Kohlenhydratprodukten redest, Kartoffeln, Süßkartoffeln sind so die besten. Machen dich ja meistens satt. Würdest du jetzt auch über Reis und Nudeln ausstellen? Ja. Also Nudeln auf jeden Fall. Also ich kann von Nudeln knapp 500 Gramm ein Kilo auf einmal essen. Ja gut. Also deutlich mehr als von Kartoffeln, definitiv. Also ist das dann so die eine Kohlenhydratquelle, wenn man in der Diät noch was behalten will? Ja. Auch über Haferflocken? Ähm, ist Ansichtssache. Je nachdem. Also Haferflocken kannst du halt, wenn du Bock auf was Süßes hast, würde ich halt Haferflocken essen. Okay. Reiskartoffeln, ja, musst du ein bisschen verarbeiten, damit die dann süß schmecken. Ansonsten Kartoffel-Puffer zum Frühstück. Geht natürlich auch. Solange du es ohne Fett brätst. Also würdest du sagen, du versuchst derzeit wieder ein bisschen in Shape zu kommen? Ja, auf jeden Fall. Also die Ernährung hat auf jeden Fall ein bisschen gelitten. Und auch so ein bisschen Hardcore-Diät. Aber was du gesagt hast, auch mit dem hohen Volumen. Ist so viel Salat aktuell. Ja. Also wirklich, um da irgendwie einfach setz zu werden. Ja. Und ja, war das bei dir schon mal so? Ich weiß nicht, hast du schon immer dann Modeljobs bekommen aufgrund deines Aussehens und deines Looks, sag ich mal? Also du warst dann nie Laufstegmodel, so wie Lukas zum Beispiel, oder? Also bei dir ist das eher so ein Influencer-Job dann das Model sein? Also ich habe vorher auch schon angefangen zu modelen und habe dann, ja, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Keine Ahnung. Vielleicht hatte ich dann irgendwie die richtige Mimik drauf. Keine Ahnung. Aber das hat auch funktioniert gehabt. Okay. Aber da musst du ja auch auf die Ernährung achten. Brutal. Wenn du da auch ein bisschen zunimmst. Man merkt das selber bei sich. Das Gesicht wird ein bisschen runder und es nicht mehr so mal kann. Ja. Deswegen, da musst du auch durchgehend in Shape sein. Und dann irgendwann hältst du es einfach nicht mehr durch. Dann gibt es mal so ein bisschen, dann lässt du die Leine mal ein bisschen locker. Was mal auch zu tracken. Und ich finde das Tracken, das ist der Key. Und wenn man damit aufhört, oder noch nicht angefangen hat, aber anfangen sollte, dann sollte man es auf jeden Fall machen. Weil damit hat man einfach den Überblick. Weil sonst verlierst du den Überblick so schnell. Auf jeden Fall. Wenn du halt viel bestellst und wenig selber kocht, kannst du es halt schwer einschätzen. Ich habe ein Video von dir und Manuel gesehen, wo wart ihr da in Wien in einem Restaurant. Und habe dann auch angefangen das zu tracken, nachdem ihr was bestellt habt. Waren wir mal in Wien. Das war schwierig auch. Also klar mit der Übung und mit den Jahren kommt es halt auch. Also dann weißt du es mittlerweile dann, was, wie viel hat es circa. Oder du fragst dann einfach nach, es ist das leichteste. Ja. Ja. Hast du dir schon mal die Verpackung von irgendeinem Lebensmittel im Restaurant geben lassen, um dann das genauer abzuschauen? Ja, tatsächlich. Im Intelligent Strength. Die haben da auch eine Küche. Und da war in der letzten Wettkampfwoche so zwei, drei Tage vor dem Wettkampf. Und da muss man da genau auf den Salzgehalt schauen. Und da wollte ich aber trotzdem noch was essen haben, die mir Fakten geben. Nur damit ich nachschauen kann, wie viel Salz da drin ist. Wichtig. Wichtig. Prioritäten setzen. So ist es. Stark. Hast du... Ich muss sagen, in manchen Situationen muss man doch einfach unverschämt sein. Und es als selbstverständlich ansehen. Weil wenn man nicht nachfragt oder nichts sagt, wird es auch niemandem auffallen. Oder wird niemand irgendwie was anders machen. Also einfach Eier haben. So ist es. Und wenn du sagst, du willst ein Salat ohne Dressing und die bringen dir einen Salat mit Dressing. Sagst du, Bruder, ich habe das nicht bestellt. Jalla. Dann bringen wir bitte ein Salat ohne Dressing. Fair. Oder dann die Coke Zero anstatt der normalen. Ja, genau. Oder was ich auch oft gemacht habe, Ingwertee mit Zitrone. Also vor allem warme Getränke machen mich ja deutlich satter. So. Jetzt geht es hier ans Kopf. Jetzt befördern wir hier die Schnitzel rein. Ist nicht so. Gibt es für euch irgendwie in Wien ein Wort, was so ganz fernab ist von der deutschen Sprache? Also es gibt tatsächlich mehrere. Zum Beispiel Kartoffeln heißen wir uns Erdäpfel. Erdäpfel, okay. Kann man sich auch irgendwie erschließen? Ja, ja. Also so unter der Erde und halt einfach Äpfel, ja. Ich habe was gehört, irgendwie Orchkatzel? Orchkatzelschwarf, ja. Also vom Eichkätzchen der Schwanz halt. Also Eichhörnchen-Schwarf. Ja, genau. Fair. Jawohl, jawohl. So fernab ist es ja gar nicht. Ja, stimmt. Wann warst du das erste Mal in Deutschland? Das erste Mal? 2017, glaube ich. Nee, da war ich schon mit meiner allerersten Freundin. Das war 2016. Da habe ich dann sogar gestartet mit Instagram. Da habe ich damals noch Tobias Rote das erste Mal im Gym gesehen. Und dann bei einem McFit-Fernseher oder so. Und dann habe ich damals meine Ex draufgebracht. Paul, wieso machst du das nicht auch mal Instagram? Und jetzt stehen wir hier trall und massiv und vegan. Das ist ein Doppel-D-Körbchen. Jawohl. Wir starten jetzt mal mit unserer halben Zwiebel. Die ist dann für den Spinat. Da habe ich mich einfach für Tiefkühlschmerl entschieden. Ihr könnt auch frischen nehmen. Aber Tiefkühlschmerl ist meistens eh so der frischste, den man nehmen kann. Dann kannst du einfach mal die beiden Enden abschneiden. Ohne zu weinen. Und dann ein bisschen schälen hier. Das Messer sieht auf jeden Fall massiv aus in der Hand. Bei dir sieht es aus wie ein Kneipchen. Bei mir sieht es aus wie ein Säbel. Wenn wir jetzt gerade von Modeling gesprochen haben. Was war so? Hast du irgendeine richtig schlimme Erfahrung? Wo du sagst, alter, den Job würde ich nie wieder machen. Oder mit der Agentur oder mit der Marke will ich nie wieder zusammenarbeiten? Schwierig. Also ich hatte jetzt noch nicht so ein Erlebnis. Es gibt ja auch viele, die sagen irgendwie, die wurden auch wirklich sexuell irgendwie belästigt oder so. Also es war bis jetzt eigentlich immer alles relativ fein und lief alles sauber ab. Nee, also nicht wirklich. Es waren ein, zwei Kunden, wo ich mal war, wo es einfach jetzt nicht so, fand ich einfach gematcht hat. Ja. Ich war, als ich in London war, ich war dieses Jahr in London für zwei Monate, habe da gearbeitet. Zum Beispiel mit Asos habe ich zusammengearbeitet. Das war richtig geil. War aber auch bei Wuhu in Manchester im Studio und habe mich vorgestellt. Ja. Und also die Marke ist cool, die haben coole Klamotten und alles. Aber ich fand den Empfang einfach ein bisschen, der hat mich nicht so begeistert einfach. Kommen die dann auf deine Agentur zu oder schreiben die dir direkt? Das kam alles über die Agentur. Also die meisten Modeljobs eigentlich tatsächlich kommen direkt über die Agentur. Natürlich spielt jetzt so ein bisschen auch Social Media mit rein, dass sie sagen, okay, wir haben da irgendwie ein Gesicht, das man schon ein bisschen kennt. Ja, ja. Aber eigentlich läuft das alles über die Agentur. Also ich habe in London, also in England eine Agentur, hier in Deutschland eine Agentur. Und dann kommt das meistens über die Agentur, über die Booker rein. Okay. Machst du also die beste Gage, die du bei deinem Job bekommen hast? Also würdest du sagen, dass du durch einen Modeljob am meisten geregt hast oder durch eine Platzierung auf TikTok oder auf Instagram? Ich glaube Social Media ist da profitabler. Also jetzt ohne über konkrete Zahlen zu sprechen. Das Modeln macht auch mega Bock. Und man kann auch davon leben. Aber ich glaube generell Social Media… Ist das eine Zwiebel? Ne. Jetzt wird sie richtig romantisch beim Kochen. Kommt jetzt gleich der Rotwein? Ich muss erst mal das Schnitzel ein bisschen zurückdrehen. Schwimmt hier schon an der Oberfläche. Romantisch. Machen wir gleich noch Schokofrüchte. Ja. Ein paar Weintrauben gibts dann. Vorsichtig. Vorsichtig. Wie ist das eigentlich bei Wettkämpfen? Ja. Wie ist das? Ist das eher mehr, sag ich mal, standing wise? Profitabel oder auch so? Also profitabel ist es normal. Ja. Also in den meisten Wettkämpfen, die du so in Deutschland, Österreich, Europa hast, kriegst du eigentlich so gut wie gar nichts, wenn du gewinnst. Also das ist eher ein Mehraufwand für dich, als dass du irgendwas zurückbekommst. Klar, auf YouTube wird es gerne geschaut. Also Social Media technisch gesehen ist es auf jeden Fall schlau, das zu machen. Aber jetzt rentabel als Bodybuilder sehe ich eigentlich gar nicht. Hast du irgendwas, wo du sagst, das ist so ein Ziel von dir, wo du irgendwann mal hin willst? Also jetzt, wo du sagst, okay, Mr. Olympia gewinnen, ja, das ist klar. Ja. Aber noch irgendwas so in die Richtung? Oder ist das jetzt, wo du sagst, das ist Big Goal, Goal, Goal? Also vielleicht nochmal ein paar Athleten vorbereiten auf Wettkämpfe. Und ansonsten einfach generell noch mehr Bekanntheit, mehr Leute erreichen, andere motivieren. Und so natürlich noch die beste Version aus mir rausholen. Vielleicht noch ein bisschen draufpacken, mal schauen. Also dann ein E-Körbchen. So ist es. E-Körbchen ist das Ziel. Und mit Manuel hast du ja schon so ein bisschen was gemacht in die Richtung. Also hast du ja schon trainiert. War das jetzt dein erster Athlet? Genau, ja, so zu sagen. War für mich eine geile Erfahrung. Mal schauen, ob das in Zukunft nochmal mit Manu gemacht wird. Oder ob ich mich mit anderen suche. Oder ob ich mich noch mit anderen suche. Aber es war schon gut. Macht schon Spaß. Aber der hat ja auch eine stabile Form gehabt, würde man sagen. Also für 17 hat er schon gut abgeliefert, ja. Ordentlich, oder? Ja. Mit 17 hat er noch einen Daumen gelutscht. Völlig. Mit der Junge. Schon krass. Okay. Ich würde sagen, die Zwiebel können wir eh mal. Jetzt gemeinsam mit dem Spinat hier vorne. Was ist dein Lieblingsgemüse? Lieblingsgemüse tatsächlich, also ich mag eigentlich fast alles. Egal ob Paprika, Spinat, Karotten. Aber wenn, dann würde ich eigentlich eh fast sagen Paprika. Ja. Wenn jetzt irgendwie Leute anfangen wollen mit dem Training, was sagst du? Ab welchem Alter ist es so richtig? Ja, was du jetzt sagst. So, du machst dir noch nichts kaputt jetzt. Weißt du was ich meine? Also theoretisch, immer wenn du richtig trainierst, machst du nie was kaputt, sondern hast immer noch Vorteile. Du kannst auch mit fünf, sechs Jahren starten. So lange du jemanden hast, der dich da führt und dich nicht zu hart pusht. Geht das eigentlich klar. Also wichtig ist halt immer, dass du jemanden hast, der dir zeigt, wie es richtig geht. Ich habe jetzt übrigens schon mal den Spinat rein. Und dann einfach weitermachen. Nicht irgendwie mit der Ausführung komplett verkacken. Und dann kannst du eigentlich wenig kaputt machen. Okay. Also dann kannst du auch mit 13, 12, wie auch immer starten. Ich bin 14 gestartet, musste noch warten, bis ich 15 bin. Weil das Gym erst nach 15 war. Aber hat auch gereicht. Und dann sagst du, der nächste Athlet, den du trainierst, der wird dann 7,5 sein. Vielleicht, ja. Und den bringst du auch mit 7,5 auf die Bühne. Entschuldigung, entschuldigung. Aber wie viel kann man an so Wettbewerben teilnehmen? Ich glaube, frühestens, ich glaube 15 ist schon sehr, sehr jung. Aber könnte man oder ab 15 kann man? Ich denke schon. Das Ding ist halt, wenn du unter, sag ich mal, 8% Körperfett mit 15 kommst, ist halt alles andere als gesund. Also generell Bodybuilding ist jetzt kein gesunder Sport. Vor allem für Frauen nicht. Wenn du dann so tief runter gehst mit dem Körperfettanteil und schon so früh Diät machst, ist halt jetzt nicht ganz so geil. Ganz spannend. So, mein Deckel. Ja. Aber es riecht schon gut, muss man sagen. Ich mach einfach mal ein bisschen hier drin. Dass es so aussieht, als könnte es kommen. So, hier den Deckel mal drauf. Sehr gut. Gut. Können wir uns hier eigentlich schon mal für die Kartoffeln die Petersilie schnappen? Ja. Ja. Die hast du sogar erkannt. Also nicht mal ich. Ich habe letztens mal Koriander von Petersilie unterscheiden können. Ja, ich glaube, ich hätte einfach Petersilie gesagt. Auf Koriander wäre ich nicht gekommen. Okay. Also ich habe auch kurz überlegt. Ich habe auch Angst gehabt, mich zu blamieren. Kann ich ja ehrlich sagen. Aber ja. Kannst du einfach mal hier so abschneiden. Mhm. Und dann packen wir alles fein. Okay. Also einfach mal hier so nehmen. Genau. Also Technik sogar auch. Mach mal so. Jawohl. Und dann passen auf die Finger hier. Gabst du schon mal Verletzte? Ich glaube sogar einmal bei Apfelschneiden, weil ich da das große Messer genommen habe und dann so geschnitten habe. War nicht gerade schlau. Nee. Okay. So und so. Jetzt am einfachsten ist eh, wenn du so deine Hand da vorne drauf gehst und einfach so. So? Ja. Dann kannst du quer durchhacken. Könntest du dir vorstellen, in der Fernsehshow zu kochen? Ja, dir will ich schon. Also schlag den Henssler. Mit Zeit für den veganen Gast. Also würdest du sagen, wie lange kann so ein Meeprep halten, sodass es auch noch verzehrfähig ist? Ja, drei Tage. Also länger als drei Tage nicht. Bei Fleisch sieht es natürlich nochmal anders aus. Da haben wir Veganer nicht ganz so viele Probleme. Aber so drei Tage kann man schon vorkochen. Wie lange würde sich jetzt Fleisch halten? Ja, länger als, also gebraten würde ich sagen, so 72 Stunden auch. Also schon so drei Tage. Okay. Je nachdem wie luftdichter ist, natürlich auch verschlossen ist. Also wenn da irgendwie Luft dran kommt, ist es natürlich ein bisschen kritischer. Aber sonst so drei Tage gekühlt. Und dann im Kühlschrank? Ja. Okay. Fair. Was passiert jetzt hier mit der Petersilie gleich? Die braten wir jetzt gleich mit den Kartoffeln an. Das wäre eine schöne Petersilie-Kartoffeln. Also dieses Spray ist richtig geil. Und ich glaube Luca oder du, einer von euch, hat mir das mitgegeben. Alles wirklich sehr, sehr nice. Also ihr seht, das muss man einfach haben. Ja. Also selbst wenn ihr es nicht von Rocker kauft, holt euch so einen Backtagspray oder benutzt zumindest ein bisschen Öl auf eine Küchenrolle, verteilt es auf der Pfanne und es spart ordentlich fett. So. Der Thieme ist an. Unser Schnitzel ist fertig. Sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr stabil aus. Dafür müssen wir jetzt erstmal eine Panade ready machen. Also falls ihr irgendwas panieren wollt, ist Kichererbsenmehl definitiv eine gute Alternative zu Ei. Das muss man nur mit Wasser aufgießen. Dann hat man eigentlich schon eine ziemlich gute Panade. Fahre ich hier mal gut rein. Gehe ich ja richtig schlau hier heute raus. Jawohl. Da der Ernst da einiges bei mir. Im Bildungsauftrag unterwegs hat heute. So ist es. So einfach hier ein bisschen nach Gefühl. So ein bisschen wenig. Sieht sogar aus wie Ei. Könnte man es jetzt auch als Rührei verwenden? Theoretisch ja. Ich habe letztens, nein die waren aus Grieß, aber ich habe Kurkuma Pfannkuchen gemacht aus Grieß. Die haben eh nicht ausgesehen. Hat es geschmeckt? Ja, die waren sehr, sehr gut. Alles was wir machen schmeckt. Die Zuschauer wissen das hoffentlich. Bin gespannt später. Ich werde ein ehrliches Feedback geben. Könnte man natürlich auch jetzt als Versuch wagen, die einfach so zu den Semmelbröseln reinzornen. Aber ich dachte mir, so risikoreich bin ich heute nicht. Deshalb zur Sicherheit. Alter, das sind auf jeden Fall saftige Schnitzel. Junge Junge. Ja. Massive Brocken hier. Ein bisschen blass noch, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da regnet jetzt halt schön Wasser raus. Boah, ist das heiß. Lecker war schon. Ja, das hat gute Hitze. Da reiße ich mal was runter. Ah! Das ist echt scheiße heiß. Ja, ja. Darf noch nichts zerfallen. Jetzt kommen sie mal hier rein. Okay. Okay. Dann einweichen lassen. Ja, genau. Das ist ziemlich. Jetzt müssen wir es dann einmal wenden. Jetzt mache ich den Jakob noch dreckig. Ach Quatsch. Dann hier in unsere Brösel. Das passt ja wie angegossen. Da können wir eigentlich nochmal. Ich hole mal die Brösel. Ich bin echt gespannt. Damit das ein bisschen leichter ist, haben wir hier einfach die Brösel direkt rüber. Wenn du das jetzt essen würdest und du in der harten Defi bist, würdest du mit diesen Bröseln arbeiten? Nee, dann würde ich auch mit den Bröseln arbeiten. Würdest du das dann jetzt quasi so essen? Ja. Also so dann nochmal anbraten. Okay. Und dann kannst du es eigentlich easy gut vernichten. Ich weiß noch, das allererste Mal, als wir uns gesehen haben, da waren wir euch in der WG. Weißt du es noch? Weißt du noch, wie du am Tisch da gesessen hast? Ja, da war nicht so ein Pott. Wir haben alle Essenbescheid gehabt und hatten so einen Sommerrollen und haben wirklich nicht viel gegessen gehabt. Und du hast dann da gesessen und er hat gerade was gekocht gehabt und dann hat sich so eine riesen Schüssel gemacht gehabt. Das ist normal. In jedem Leben isst du das, oder? Und dann hast du mit dieser Suppenkelle daraus gegessen. Wirklich, wie ein Tier. Da muss ordentlich was rein in den Jungen. Also unfassbar. Das ist für die meisten noch ungewohnt, du. Ich habe ein bisschen Angst bekommen in dem Moment. Und du hast, das muss man auch sagen, also disziplinmäßig sehr, sehr, sehr krass, du hast ein Stück Schokolade, da hast du ja eine Dreiviertelstunde dran gegessen. Ja. Im Spagat, oder? Im Spagat. Im Spagat. Hast du da gesessen im Spagat? So muss das sein, du. Und hast dann das Zeug gegessen. Okay. Schnitzel Nr. 1. Das schmeckt noch ein bisschen wässrig, oder? Wenn man es so isst. Aber was ich immer wichtig finde, dass man irgendwas hat zum Kauen. Ja. Das ist gut. Das sieht auf jeden Fall schon mal aus wie so ein Schnitzel eigentlich. Schnitzel? Die Pfanne ist befettet, die Schnitzel ist bereit, ordentlich gebraten zu werden, genauso wie die Kartoffeln. Die haue ich jetzt auch hier nochmal in die Pfanne daneben, damit die hier gut knusprig werden. Hast du schon mal überlegt, ein Kochbuch zu schreiben? Ja, überlegt schon. Also wer weiß, vielleicht wird das irgendwann nochmal angegangen. Ist halt sehr, sehr viel Arbeit. Also wenn ihr mich da weiterhin supportet, dann wird das vielleicht irgendwann nochmal ein bisschen Öl. Kannst du schreiben? Ja, geht. Also bei Schulaufsätzen war ich jetzt nicht so der Schlechteste. Und Diplomarbeit habe ich auch eine 1 bekommen. Also, mal schauen. Sehr gut. Mal gucken. Wie war dein Schulabschluss? Auch Abitur gemacht und 1,5 tatsächlich. Krass. Ja, über 1,6. Ah, stark. Also das Klischee, dumm und model, passt nicht. Und auch dumm und pumper. Das stimmt, ja. Also es ist gut, dass wir hier die Klischees vernichten. Aber die Ausnahmen bestätigen die Regel. Das stimmt. Nein, Quatsch. Also das ist ja meistens so, die Leute sehen ja immer nur das Cover vom Buch, aber alles ist dahinter. Das wird meistens ausgespart. Und du hast mir mal erzählt, dass teilweise auch relativ bekannte Leute sag ich mal in den DMs sind oder auch in den Followern sind. Ja. Wer würdest du sagen, war so der bekannteste oder die bekannteste, die in den DMs geslidet ist? Also in die DMs direkt geslidet war Corinna Kopf. Ja. Ich glaube, das habe ich damals auch im Artikel. Ja. Da wird der Manuel auch durchdrehen. Ja. Oder er dreht dabei durch. Ja. Aber jetzt, wir waren in Paris vor, ich weiß nicht, bald war das. Das war im September war das. Und da haben wir, du kennst ja Outer Banks, oder? Ja. Die Netflix Serie. Und Madeleine Klein, also die Blonde, die diese Hauptrolle spielt. Krass. Mit denen waren wir zum Beispiel feiern. Wir waren mit denen in Mailand und in Paris noch feiern. Das war so quasi unsere Mailand-Paris-Gang. Dann noch mit Ross Butler, der 13's Reason-Why-Showspieler, der Asiate. Ich weiß nicht ob du kennst, falls du es mal geguckt hast. Blake Gray, der TikToker zum Beispiel noch. Ja, das habe ich gesehen, ja. Und Evan, ich weiß nicht, ob er weiter heißt, Yogi, ja, irgendwie so heißt er zum Beispiel. Dann spielt jetzt die neue Hauptrolle im Resident Evil. Und das war so diese Netflix-Klicke irgendwie. Das war wirklich sehr surreal. Du kennst die Leute nur von Outer Banks oder wo auch immer her. Und dann auf einmal bist du mit den Fans. Das war schon sehr, sehr krass. Aber dazu muss man sagen, die waren auch sehr, sehr krass. Ich glaube, das ist auch bei uns so, dass viele Leute denken, irgendwie, keine Ahnung, die Jungs sind irgendwie anders. So, aber wir sind auch ganz normale Typen. Ja, ja. Also ihr habt schon krasse Leute kennengelernt, würdest du sagen? Ähm, ja. Also wir haben auch die Chance gehabt bei der Hugo Boss Show, in Mailand Esserei sitzen zu dürfen. Und dann ist vor uns Gigi Hadid gelaufen. Okay, heftig. Der Kabi, weißt du? Ja, den kenn ich ja. Und Irina Scheik, also da waren schon krass Leute dabei. Und verrückt, was da abgeht. Also währenddessen Jakob hier redet, lasse ich das Schnitzel verbrennen. Guten Job habe ich jetzt nicht so gemacht, aber. Tatsache. Das wird auf jeden Fall gut knusprig. Ja. Das sieht sehr, sehr cool aus. Ja. Duftet schon. Duftet gut. Ja. Duftet gut. Und wer räumt dann immer bei dir die Küche auf? Ja, das muss ich selber machen, leider. Also eine reizende Cleaning Lady wäre auf jeden Fall nochmal nice. Also falls du der wen kennst. Reizend. Reizend. Hattest du schon fancy DMs, mit denen du dich dann getroffen hast? Ähm. Oder sag ich mal, wenn du auf einem Event irgendeinen Fan getroffen hast, du dachtest, Alter, die ist stabil. Und die du dann mitgenommen hast. Oder versuchst du da auf jeden Fall darauf zu verzichten? Ja. Ich glaube, es ist auch dünnes Eis so ungefähr. Also von dem, was ich schon gesagt habe, dass man da generell so ein bisschen auch einfach dann aufpasst so in dem Bereich, in dem wir sind. Ähm. Weil es einfach, ja, auch nach hinten losgehen kann. Aber wenn es jetzt da jetzt, sag ich mal, matcht so über den Abend hinaus. Ja. Und ich das dann schon irgendwie bei dem Event merken würde oder wie auch immer. Dann wird dem Ganzen ja nichts, äh, ja, nichts entgegenstehen. Ja. Aber an sich einfach da so ein bisschen vorsichtig mit umzugehen, ist glaube ich da schon die Mutter der vorzuladen. Okay. Also du bist da sehr bedarft, merke ich schon. Ja. Das ist gut, das ist gut. Ja. Aber, ja. Aber ansonsten, wenn ich so, ja man lebt sein Leben, aber man muss es in Maßen genießen, würde ich sagen. Das stimmt. Das stimmt. Du hast ja jetzt so eine Freundin, aber was würdest du generell sagen, worauf kommt es an? Selbstbewusstsein, würde ich mal sagen. Und Selbstliebe auch viel. Also ich hatte immer das Problem, vor allem wenn ich jetzt viel Fitness mache, viel auf mein Aussehen achte, dass so die Frauen, die an meiner Seite waren oder bei denen es da mal ernster wurde, dass die sich unsicher gefühlt haben oder einfach nicht sexy genug oder einfach nicht schön genug. Das ist leider immer noch heutzutage so, dass halt viele auch durch Social Media sich sehr beeinflussen lassen und einfach nicht selbstbewusst genug sind, sich nicht sicher sind bei vielen Sachen. Das ist dann oft schwierig und dann wird man dann oder hat man das Gefühl vielleicht wenig geliebt zu werden oder wie auch immer und dann kann es halt relativ schnell scheitern leider. Deshalb Selbstliebe ist die Key, ne? Self-confidence. Auch wenn es vielleicht eingebildet manchmal rüberkommt oder man wirkt. I don't give a fuck. Schön. Selbstsicher sein einfach. So ist es. Sehr gut. Und dafür verhilft natürlich auch das Gym. Das außerdem, ja. Oder vielleicht auch nette Kommentare auf Social Media. Unter anderem, ja. Ich habe jetzt übrigens, wir haben hier jetzt ein Schnitzel noch unpaniert gelassen, damit wir hier auch den direkten Vergleich haben und Jakob das auch nochmal diätgerechter probieren kann. Aber ansonsten ist das hier eine sehr, sehr schöne Mahlzeit. Die Kartoffeln haben wir jetzt auch so fünf Minuten anbraten lassen. Ich würde sagen, da können wir auch langsam die Petersilie untermischen. Ist jetzt auch nicht mehr auf großer Hitze. Das Topping jetzt. Ja, sozusagen. Davon auch nicht zu wenig. Und dann können wir die Kartoffeln auch eigentlich schon abdrehen und die sind so gut wie fertig. So, jetzt werden noch ein bisschen die Kartoffeln geschwenkt, die zweite Seite vom Schnitzel gebraten und dann wird angerichtet. Ja, schön. Erstmal hier direkt machen. Das sieht verzüglich aus, muss man sagen. Ja. Also hoffen wir, dass das Ganze gleich auch schmeckt. Jetzt kriegen wir noch hier Besuch. Willst du nochmal kurz köcheln lassen? Ne, kannst du einfach da drauf. Ja. So. Damit die Vitamine... Auch gesaved sind. Also wirklich eine schöne grüne Mahlzeit heute. Mr. Popeye. Das geht klar. Ja. Also jetzt, wo ich wieder mehr esse, bin ich halt öfter mal auf der Toilette. Aber was Pflegungen angeht, geht's. Also alles Gewinnungssache natürlich. Also als wir bei euch mal in der WG waren und mit unseren Jungs dann auch relativ viel gegessen haben, das war ja eigentlich ein fliegender Wechsel. Das stimmt. Ja, wenn vier Bodybuilder Jungs in der WG sind, dann kann es schon mal durchgehend riechen. Ja. Fertig. Und jetzt geht's an die Schnitzel. Jetzt holen wir jetzt hier mal so einen Schnitzel. Das sieht eigentlich sehr, sehr schön aus. Ja. Boah, das fühlt sich auch von der Masse her mega geil an. So. Zack. Eine Prise Salz, nachdem die Kartoffeln plus der Spinat noch nicht gewürzt sind. Wieder auch nochmal übers Schnitzel. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr appetitlich aus. Jawohl. Respekt. Danke. Respekt, ja. Gut. Der Hunger ruft. Es wird Zeit, das Ding hier zu vernichten. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Die Kartoffeln sind schön crispy. Eine Sache fehlt natürlich zum Schnitzel. Auch in Österreich darf das Ketchup nicht fehlen. Ich weiß nicht, ob du Ketchup dazu isst, aber bei mir muss das auf jeden Fall sein. Also wenn die Kalorien hat, dann ja. So ein bisschen ja. Okay, dann nimm dir gerne mal von allen ein bisschen was. Dann nehmen wir erstmal die Kartoffeln, passend zum Ketchup. Sehr gut. Hau rein. Ich teste dir auch direkt mal. Haben sehr gute Konsistenz. Also sind gut bissfest. Geht's. Und gar mit dem Schnitzel auch. Sehr schön nach per se. Moin. Jetzt haben wir hier ein Schnitzel einig. Mhm. 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 Ja. Ich teste es nochmal pur ohne Soße. Ja. Hätte ich nicht erwartet. Noch ein bisschen mehr Salz dran. Aber mit dem Ketchup ist es perfekt. Ja. Hätte ich nicht erwartet. Sehr, sehr geil. Also das kann man auf jeden Fall genießen. Ich hoffe, dir hat die kleine Kochshow hier gefallen mit mir. Die hat's geschmeckt. Mhm. Als Abschließendes noch eine kurze Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Wieder ein stabiler Ficker zu sein. Ein stabiler Ficker zu sein. Okay. Das ist ein guter Wunsch. Damit würde ich sagen, können wir die Folge auch beenden. Eine Sache fehlt noch. Wir werden noch ein kleines TikTok aufnehmen. Also für euch heißt es schon mal, bis zum nächsten Mal. Das war's aus Paus und Küche. Danke an Jakob. Sehr gerne. Jetzt zieh jetzt wieder ein bisschen mehr mit Fitness durch. Muss sein. Ich werde ihn mitnehmen und werde ihn ins Gym schleifen. Also schaut auch gerne auf seinem Instagram Account vorbei. Natürlich auch auf TikTok und allen weiteren. Auf YouTube haben die auch einen Kanal. Elevate Menschen. Kommen öfter mal Vlogs. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Das war's aus Paus und Küche. Keep pumping, keep cooking. Tschüss. Okay, das ist eh lang. Okay. Jetzt habe ich das Lied drauf. Damals habe ich noch nicht gepackt. Okay, wir müssen dann gucken, dass wir hier hinten so nebeneinander passen. Ja. Weil mit dir wird's schwierig. Ich glaube, so geht's schon. Wir starten dann oben mit dem ersten. Wir starten oben, genau, genau. Da gibt's sogar einen Timer hier. Okay, machen wir zehn Sekunden. Hol du mal die Pfanne von hinten. Schnitzel hast du? Ja. Geht. Schiff. Man hat's. Und damit zu sehen. Hebez einfach raus. Ich weiß nicht, die nicht perfect sind. Mais kein Mal. Was dieesus. Die Перfehlbar. Was ich nicht. Ich weiß nicht. Dann, ich weiß nicht. Die sind. Vielen Dank.